Das Bergparadies im Berchtesgadener Land. Einer der schönsten Orte Deutschlands. Mit dem Königsee und dem Watzmann als Wahrzeichen. Die wahren Abenteuer finden meist weit über dem Wasser statt. Und sie stecken oft Hals über Kopf darin. Thomas und Alexander Huber. Extremkletterer, die zu den Besten auf der Welt gehören. Klettern ist ein Knochenjob, weil es geht an die Knochen. Aber es ist der schönste Knochenjob, den man sich nur vorstellen kann. Wir beide sind wirklich eine Seilschaft am Berg, wo wir an die Grenzen gehen, an die Grenzen des Machbaren, was auch zu tun hat, zwischen Leben und Tod zu sein. Und das schweißt uns natürlich noch enger zusammen. Das sind Bergsteiger, weil wir Bergsteiger sind. Weil wir es einfach zu 100 Prozent tun. Das sind замечологische, W disentungsblende, können wir ja nicht nur Und das ist immer wichtig. Und das sind die Wirkierten schweißt. Ich bin der 200 Prozent der Herigetpiegel. Du beispielsweise in diesem